da geht es weiter hallo piranhas wollt ihr mich essen vielleicht kriegen wir noch ein haken für den nächsten dann oh alter die hauen rein der flasch pp russ ein inf ist auch so gut wie der voll meine ich meins auch ich glaube dann sollten wir auch aufhören da links von mir sind auch noch erder musste noch hingehen irgendwie hat sich das licht gerade geändert oder weiß ich nicht muss jetzt irgendwas rausschmeißen ich weiß aber noch nicht was den grabstein ich habe schon wieder ein herz weiß ich den grabstein rauf ja das ist so schön matschblöcke 10 die kann man wegschmeißen ach mit e ja geil mit e kannst du sozusagen links klicken merke ich gerade micha ich glaube das besuch unerwünschter besuch ja toll spring nochmal zu mir wo er holt so und es ist jetzt doch der kopf leben so ich gehe mal da 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 uh gold wunderschönes gold schau dir das mal an hallo du fisch da oben ist noch kupfer so so eisen wow da ist ein slime so irgendwie ist das licht hier anders ich sag ja mit an zunehmender tiefe wird es dunkler so kommt es mir vor oh hier geht es sehr weit runter ins wasser ich habe hier auch was sehr sehr tiefes gefunden ok skellen so zack gehen wir aus dem weg du skeleton mörder draußen wird glaube ich gerade in nacht also 4 am es wird morgen sagst du morgen es wird morgen 4 am ja ja also ehrlich gesagt ohne haken wäre das richtig übel eigentlich hier unten ich komme ohne haken bis jetzt gut zurecht ja du ich wills retten heißen hier halten so was sagst du hier ist ein herz ja nimm hier sind zwei herzen nimm ich habe schon 220 hp wie du hast schon eins gegessen ohne zu sagen oder wird doch ich habe gesagt es ist noch meins und das nächste bekommst wieder du hast du jetzt eben zwei gegessen bösewicht neun holz können wir auch schmeißen ja gar nicht wir machen neun holz einfach zu holzklappen dann haben wir dich weggeschmissen wow luft luft ist was für alte leute alter wie übel tief wir schon sind so ich habe gerade wieder was geflutet so 220 habe ich so alter ich bin noch tiefer als du ich habe hier wieder so einen raum gefunden cool der hat sogar eine kommode und so ein zeug alter wie übel dunkel das hier ist was ist drin ja hermen boots was damen boots nein hermann hermes stiefel auch gut das sind die sind dass man schneller rennt oder genau der träger kann super schnell rennen plus 1 bewegungstempo cool ich bin jetzt der oberflitzer und hier ist noch ein bücher regal und hier nein jetzt bist du der junge mit der pizza genau ich bin jetzt der pizza junge haben sie hunger mr micha mr micha mr micha was ist denn da noch drin das gold jägertrank zeigt die position von feinden ja haben wir auch schon einen komm mal zu mir mein inventar ist halt eins auch oder eins ist bis auf einen slot komplett voll ja ja ich habe hier noch 10 gold bahn die du mitnehmen könntest das dynamit werde ich schnell los was war das dynamit so grab stein den habe ich jetzt mal in den mülleimer getan plankenwand auch müll ah was kann ich denn noch weg tun so jetzt ist die kiste leer wo bleibst du denn ah super jetzt habe ich den hermann trank getrunken so da leuchten die gegner ist auch sehr geil hat was ja ja so wirst du äh piranha alter der hat mich fast getötet ich wollte ihn äh mit mit leuchtsterben töten ich habe auch noch 180 hast du hausend reingeworfen ja ey ich bin hier glaube ich in einem schacht von dir oder angekommen ne du bist noch viel zu zu weit weg von mir ach komm wo ist denn jetzt mein spiegel da da rechts ist schon wieder so ein raum da rechts ist schon wieder so ein raum jetzt blinkt es bei mir überall weil überall gegner sind das ist irgendwie lustig kein haben da ist was im weg ah gold alter wir haben heute was geschafft ey ich glaub sie wir haben heute den ganzen tag nur terraria gespielt das ist so der nachteil am lp eigentlich weil wenn du aufnimmst und jeden tag eine 15 minuten folge dann müssen wir theoretisch lange spielen aber ich glaub ich mach 20 sekunden äh 20 minuten folgen raus ja hast du die anderen nicht schon schnell doch sind sogar schon hochgeladen oh sind das zwanziger ja ja äh ne 15 da alter irgendein scheiß alter muss ich loswerden werfe zu den grabsteinen weg ja den habe ich schon weggeworfen die schlägt blöcke auch matschblock ja echt weil ich sehe hier nichts weil überall die steine rumliegen ey hier ist ein riesengroßerraum man hört dich arbeiten man hört dich arbeiten hm nicht sterben was machst denn du gerade silvester blickblöcke ja hih ja silvester ja 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 silvester ja ja und in dieser kiste ist ein magischer spiegel Murfmesser hohenforscher tank zeigt den fundort von schatz und er hat fünf minuten und goldmünzer komm mal her also sozusagen legales x-ray ok ok das werfe ich statt den smaraggen weg ich hasse das auch immer bei den ganzen displayern so munition und münzen musst du auch darauf achten was munition und münzen musst du auch darauf achten wie munition und münzen achso ja ja kannst du ja im inventar anders verstauen ach so meinst du das habe ich alles alles brav geordnet ich glaube das war jetzt auch die letzte die wir jetzt komm mal her du bist viel zu weit weg ja mache ich sofort ich bin gerade von diesem haus was du da ausgeräumt hast die andere richtung gegangen du gehst aber auch gerade weiter weg ja weil ich dann noch die ins hier geholt habe so urnen oder mein inventar ist voll jetzt worden hier piranhas vor mir ein haken natürlich dropen du hast doch einen aber ich will andere ja auch noch michael da hast du auch wieder so ein ding ist komm jetzt die ganzen hässlichen stückblöcke auf ja komm nach rechts wasser ja ausgeräumt was du noch reinpacken kannst irgendwie magischer spiegel magischer block raus schlägt block aus nein das wollte ich nicht zu dir rein ich rette dich hätte ich gelernt bombe jetzt weg stein block ganz so langsam nichts mehr auch die gänge und so wir sind garantiert schon wir sind schon längst unter dem äh dings weißt du was ich meine unter dem dings topas der topa versteuert überall sein zeug topa versteuert sich überall habe ich gerade angeschrieben was will er denn dass ich irgendwen irgendwo hin move aber da habe ich echt was drauf ja du bist auch hier der move bimbo oder ja lol da ist gerade da ist gerade ein runder stein stein runtergefallen ach hier ist eine falle im wasser sehr geil da macht's klick und da ist gerade ein runder stein alter was rum ist ja kupfer ist jetzt nicht mehr so spannend silber ja danach brauchen wir kupfer ja natürlich oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck war das knapp ich denke mir sowas klopft denn da sind zwei große graue slimes mhm jetzt kommt bau ab nein das ist noch irgendwo gebaut naja ich habe hier unten gold ich glaube wenn ich das jetzt abgebaut habe will ich hier raus langsam reicht es mir also ich könnte noch stundenlang meinen aber ja das inventar einfach sichern ja runter kommen wir dann ja schnell wow bombe ja die hat nicht hin zum metall gepasst oh da ist eine statue die sieht aus wie yoda scheiße meister yoda boah toll was werfe ich denn jetzt raus ich mach schon mich ja ich mach schon du kannst ja irgendwas in Müll werfen ähm zum beispiel werfe ich jetzt die shurikens weg weil da haben wir echt genug von ja lieber stein wegwerfen weil die kommen wir ja auch schon weg boah bei mir hat sich gerade das spielaufgegangen ich habe jetzt meine meister joda figur oder zum beispiel diesen wiederlebungsgurt und so kannst du ja rechts rein tun ist schon alles drin rechts meine komplette rechte seite ist voll da hinten ist eine qualle aber wir gehen jetzt hier raus komm portstrahl aktivieren macht es noch kaputt vor dir gut 321 ich muss das mal okay ich komme nach so bis zur nächsten aufnahme werde ich übrigens mal offscreen das dach machen weil das ist ja immer so asymmetrisch irgendwie sie mir gefällt es gar nicht das müssen wir noch mal überarbeiten unsere rakete in der nächsten aufannahme bekommt unsere rakete flügel auf annahme auf warte mal kurz schau dir mal meister joda an wo steckt was denn hingesetzt lass den doch jetzt einfach ich habe den doch gesehen da meister joda naja na wie heißt denn goblin schauen ich habe hermes stiefel die heißen hermes stiefel ich glaube das möchte das zimmer sehen ja komm wir machen jetzt auf das aufräumen machen wir auf screen okay gut bis zur nächsten folge ja anfang september glaub ich dann mal bis dann tschau